So, noch einmal, bevor das wieder losgeht, ein kleines, ein großes Shoutout an Paul, ich hoffe mal, ich darf deinen Namen sagen, wenn nicht, was wird es gelitten. Der hat ein ganz tolles Intro gemacht. Soll ich mich zu irgendjemandem rüberwerfen? Ja, ne, guck mal, da kommt doch schon einer. Da will mich doch schon einer besuchen kommen. Okay, er baut sich hoch, gut. Dann kann ich das alles noch mal machen. So, da. Nice. Hallo. Von dem will ich mich. Tschüss. Die hab ich gesehen, mein Freund. Oh, der ist down. Cool. Hey, richtig cool, Alter. Der hat zwei Echte, Junge. Oh, hi. Hab dich schon gesehen. Nice, einmal getroffen, er ist unten. Lol, wie hab ich den denn da getroffen? Ex. Alter, läuft schon vier Kills. Nach vorne sind zwei. Soll ich da mal rüber? Ja. Oh, der ist in der Mine. Ist ein ganz mutiger Boy. Oh, come on, come on. Ja, es ist over. Oh, fuck. Schade. Schade. Da hab ich überrascht. GG. Aber fünf Kills, das kann sich doch mal sehen lassen. Dankeschön. Das ist mal wieder vernünftigste Quip. Wenn ich jetzt noch ne Waffe bekomme, bin ich zufrieden. Wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle, könnte es sogar noch was werden. Oben kommt einer. Nice. Ja, so bringt die erst nix. Mit deinem Geals. Stairs down. Stairs down. Ja. Stairs down. Die war schlecht geworfen, aber hab ich dann mal Glück gehabt. Wenn ich da jetzt eigentlich umgehe, auf das Risiko einlassen. Nein. Oh, scheiße. Mist. Nein. Oh, scheiße. ضprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpr So muss das sein. Alles klar. 4 in Lappellen. Was? Ja, läuft bei mir, würde ich mal sagen. Holy shit. Hi. Ach, geil. Da ist er. Dann werde ich essen Goldapfel. Fire System. Und rein da. Oh Gott, das war schwer, schlecht, das war schwer, schlecht. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Mann, ich weiß ja in solchen Situationen einfach nicht, was ich tun soll. Marcel. Du bist schuld. Oh, hast du mich getötetet, Marcel? Ich konnte zu lassen, du. Marcel. Marcel, nein, ich bin kein Fleisch. Ich kann nichts mehr essen. Ich bin tot, verstehst du das nicht? Marcel. Ey, dieser Scheiße. Ey, dieser Scheiße. Er ist voll der nice YouTuber, glaub ich aber hierhin mal. Nein. Naja. Tschüss, ne? Nein. So, wer möchte hinweggeflext werden, glaub ich bestimmt, oder? Oh Gott, Hilfe. Hätte ich mich fast selber nochmal erkennen, indem ich das Wasser misplaced habe. Hilfe. Oh, jetzt habe ich das geile Schwert, oder? Oh mein Gott, wie geil. Oh. Hallo. Na? Hast du Bock zu kämpfen? Nicht so, du würdest lieber einen Stack-Battle machen. Ja, okay, das können wir natürlich auch machen. Sonst ist ganz möglich, was wir da machen. So ein Stack-Battle. Dafür brauchen wir den meisten Mode und vor allem Skill, ja. Ja, gut, da wollen wir jetzt eigentlich runterspringen. Oh, das ist ja so natürlich nichts mehr gebracht. Hallo. Ah. Guck mal. Scheiße. Oh. 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 Oh Gott, hoffentlich hat der keine Schneewelle. Das hält mir gerade erst auf, dass man sicher hier die Schneewelle machen kann. Oh, bitte. Oh. Wenn sie vom das faktiskt auch befinden ist. Boah. ich nicht. Nice. Scharpness 2. Läuft. Und es lebt jetzt nur noch einer. Puh. Ich bin schon nacht, ey. Wo ist der? Ist der in der Höhle? Ach, da ist er. Oh. Nice. Komm, 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 komm. Komm, komm. Jawoll. Yes. GG. Aber er hat besser gekämpft. Hi. Bitte, komm mal. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Lebt ihr noch? Holy shit. Ja, da oben ist noch einer. Ich glaube nicht, dass der weiß, der ich noch lebe. Vorne sind sie. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Ähm, ich bin gar nicht hier. Ähm, bemerkt mich einfach nicht, ja? Okay. Danke. Hai. Ein. Scheiße. Mann. Jolo, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte Feedback da. Und dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau. Ah. Ah. Antworte nicht, das Arschloch.